Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas älteren Spiel, aber ich find's cool, das Spiel und ich will immer auch... Ja, jetzt hab ich mich geoutet, nein, was? Harry Potter und der Stein der Waisen. Ich hab das Spiel kurzzeitig angetestet, um zu gucken... Spiel überschreiben. Ja, oh, ich will mal, halt mal meine Schnauze. Als die ahnungslosen Muggels schliefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Das sieht aber hässlich aus. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4 im Legusterweg. In diesem Bündel steckt ein Baby. Da steht Säugling, hallo! Die ganze Zeit schon falsch... Äh, ja. Keine Ahnung. Ah. Ich hab grad den anderen Teil installiert, deswegen bin ich auf Desktop geflogen und ja. Was gibt's zu sagen dazu? Ach, egal, guckt euch diese Scheiße an. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Höh. Höh. Hogwarts. Hagrid kam Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Bei Gwingotts, der Zaubererbank, holte Hagrid ein schmutziges Päckchen aus Verlies 713. Hagrid meinte, dass dieses Päckchen, was immer auch drin war, in Hogwarts sicherer sei. Was heißt Hogwarts? Nicht Hogwarts. Darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express. Der auf gleich 9,3 Viertel auf dem... Das hört sich lustig an. Und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Die deutsche Sprache halt. Dumbledore stand auf. In diesem Schuljahr ist das Betreten des Korridors im dritten Stock allen verboten, die nicht einen sehr schmerzhaften Tod sterben wollen. Ja, das ist eine gute Operstimme. Harry saß da mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Kam sie es nicht davor? Nicht Slytherin, nein? Nein. Flüsterte der Hut in sein Ohr. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor. Slytherin. Oh, ich hatte wirklich Angst, dass ich jetzt wirklich nach Slytherin komme. Oh, es geht los. Hop, Eingang von Hobo. Nimm an, Professor. Oh, keine Ahnung. Ey, da ist ein Puff. Huffelpuff. Oh, die Qualität ist ja auch geil, ne? Oh, schicke Brille. Warte, der hat eine viel bessere Brille. Ach, was ist denn das für eine Brille? Oh, was ist denn da? Oh, jetzt muss ich erst mal was trinken. Ich werde nur Frösche bekommen. What the fuck? Schokofrösche? Ach ja, stimmt, das waren ja irgendwie diese Lebensdinger. Entdeckte ich, dass die Schokofrösche verschwunden waren. Und dass ich dort stattdessen eine ganze Horde gemeiner Feuerkrabben tummelte. Boah. Jetzt mach dich aber schneller. Boah, du kannst aber das Thema schnell wechseln, Alter. Ich habe das Spiel früher in meiner Kindheit gespielt. Wow. Wie kann ich laufen? Oh. Hopfer. Ich springe, oh. Boah. Mist. Hey Harry, erinnerst du dich noch an mich? Run really? Er hat aber eine Pissstimmung. Oh, was war das? Oh, was war das? Wee. Woho. Ja, ja, ich weiß wohl. In die Fresse. Ey, Disco-Pogu. Ding, ding, ding. Geist. Peng. Hallo Harry, wir zeigen dir, wie du dich am besten in Hogwarts zurecht findest. Als Erstklässler musst du noch eine ganze Menge lernen. Folg uns, wir geben dir heimlich Unterricht. Heimlich. Wir sehen uns später beim Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Viel Glück, Harry. Warte. Wer war in meiner Nähe? Was weiß ich doch noch, oder? Frames Zusammenbrüche. In so einem alten Spiel. Das Spiel ist ziemlich verbar, kommt mir vor. Kommt mir aber nur vor. Oh, Herkules. Oh, Herkules. Jör. Eine Bohne. Darf ich die essen? Nio. Äh, ich werde wahrscheinlich die Spiele 1 bis 6 let's playen. Oder so, keine Ahnung. Mal gucken. Ich wollte es eigentlich nur machen, um ein paar Leute zu ärgern. Ich werde es nicht gemacht. Lass uns jetzt das Springen übernehmen. Lauf auf die Kante zu und drücke die Sprungtaste, um hinüber zu springen. Okay. Wenn du runterfällst, kannst du wieder nach unten klettern und es erneut versuchen. Wir treffen uns dann nebenan. Wir nehmen eine Abkürzung und treffen dich dann dort. Ja, warum? Wer bist du, Penner, denn? Das ist der verrückte kleine Reporter. Das ist Beefster-Poltergeist. Er macht immer nur Ärger. Nee, nee, der ist E. Scheiße. Du auch. Boah. Yeah. Wow. Haha. So langsam scheinst du den Dreh rauszuhaben. In Hogwarts gibt es verschiedene Süßigkeiten. Wenn du eine solche Süßigkeit aufheben möchtest, lauf einfach über sie hinweg. Gibt es immer nur Süßigkeiten? Du kannst deine Energie aufladen. Es macht riesigen Spaß, Bertie Botti. ... in allen Geschmacksrichtungen zu sammeln. Wir sammeln auch Bohnen. Hat er ja voll die... ... wir brauchen 25 Bohnen, Harry. Komm zurück, wenn es... ... keine Ahnung, Kantengesichter oder so. ... und wir zeigen dir den Weg zum Unterrichtsraum. Erpressung! Ich will meine Bohnen behalten. Man sieht nicht, dass da ein Geheimgang ist. Nein. Oder das ist nur ein Fehler. Naja, was macht der Schoko-Verschanz da? Oh, den will ich jetzt essen. Oh yeah, komm her, Schoko. Oh yeah. Jetzt ist er weg. Da sind gerade die Bohnen. Wieder zurück. Wee. Aber die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Nee, da ist auch eine Bohnen. Doi. Ich seh nix. Ich will noch nicht dahin. Oh yeah. Auf deinen Kopf. Was für eine Bildkarte. Gebt zu, ihr wollt euch was kaufen. Wir nehmen diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Pack sie doch nicht auf den Bohnen, Penner. Hättest du mir auch in die Hand geben können. Ich will den Geheimausgang über den Bücherschrank, um an deiner ersten Zauberstunde teilzunehmen. Viel Glück. Boah, das ist ja Elvis Dumbledore. Ja. Weggezaubert. Boah, Magic. Du solltest dich besser beeilen, sonst kommst du noch zu spät zu deiner... Alter, der Geist dahinten nervt. Wer ist das? Der hinten ist Hermino. Ist mir egal. Gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Das sind meine Kumpel Crave und Goyle. Sie sind auch ein Slytherin. Türlich will René aus dem Pokal und den Quidditch-Pokal gewinnen. Na ja. Solltest uns besser aus dem Weg gehen, Potter. Gehen wir doch aus dem Weg, du Penner. Wir verschwimmen. Ja, lernen erst mal reden. Hallo Harry, ich bin Sven Griminger. Wow. Wir haben uns Express kennengelernt. Erinnerst du dich? Wenn du zum Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste willst, musst du durch diese Tür gehen. Folge mir. Alter, der Geist ist immer noch da. Ich hör ihn. Ach, das ist diese Hackfresse. Ja, anstatt ich... Oh, Professor Coole. Heute wollen wir lernen, wie wir uns mit Hilfe des F-F-F-Flipendelsauberts gegen schwarze Magie schützen können. Ähm, ja, was... Dies ist das Symbol für den F-Flipendel. Ach, jetzt weiß ich... Ah, genau. Halte die Maustaste gedrückt und zeichne das Symbol nach. Ja, ja, okay. Darf ich jetzt? Dann die Maustaste einfach nimmst du. What the fuck? Das ist jetzt aber richtig schwul. Gibt es eine Zeitbekannte? Ja, darf ich denn nochmal? Ich will mehr. Versuche etwas schneller zu werden, Harry. Schneller. Boah. Das geht ab wie ein... Ach, das ist ein 90. Das Haus, das am Ende des Jahres... Meisterpunkte... Gewinnt den Hausverkauf. Ja, 10. Ich bin der Beste. Und nochmal... Boah. Zeig uns, was du kannst. Ah. Flipendo. Boah. Ferrari. Das Haus, das am Ende des Jahres... Ja, okay. Haben wir gehört. Ja. Willst du mich verarschen? Also werden Harry... Boah. 98%. Danke. Ja! Ja! Ich bin so gut. Ich bin so gut.